Den haben wir schon. Mal schauen, was es hier so gibt's. Den hab ich noch nicht. Und den? Dana, Squid. Sieht so aus, dass sie... Lanternfisch. Well called, Arena. Wir werden Sie noch eine Seawitch machen. Entschuldigung, äh, was? Schauen wir uns ein paar, um ihre Behandlung zu holen. Hier geht's. Scott von Denver will wissen, ob sie sich anderen essen. Einige tun. Ich glaube, dieser Mann war erschrocken, dass er seine Behandlung erinnert hat. Aha, die tun sich also auch kannibalisieren, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Haben auch schon wieder was Neues gelernt. Mal da. Oh, komisch aus Rippenqual. 11,? Was haben Sie das expressions der Re somit? Warum... Da sind voll viele! Wo muss ich hin? Hier? 390 Meter unter Wasser krass noch ein Zenzu Zenzu Alarm sogar gehen wir dorthin Zenzu Alarm ich habe gerade die Glühle erst einmal nicht mit meinem Lüten wenn ich nach links zweitens du hast du mich an du hast du hast du hast du hast du hast du hast was du hast du hast du hast du hast du hast Ufa-Licht? Wie? Da. Erzähl, erinnert dann. Aha, der Oktopus. Oh, ich bin wirklich durchgegangen. Oh, wunderbar. Mit weißem Licht zum Scannen. Senzu, erinnert dann. Dann einmal normal, ne? Hab ich geglaubt. Hallo? Schein ihn doch nicht. Okay, den hab ich jetzt, ne? Komplett. Einmal so. Und einmal mit dem UV-Licht. So, dann hab ich... Soll ich den auch noch schnell so einen Punkt scannen? Nee. Gehen weiter. 45 Meter. Ah, ich hab auch rot. Sogar mein Anzug lichtig rot. Cool. Okay, last boy of the dive. How are you feeling? Chances of suit holding out until the end of the dive? Good. Hope of seeing if our humpback song had any effect, well... You know this, but for the viewers, science is not magic, it takes patience. I'd like to believe in a little magic. I'm not patient. Geduld, Leute, geduld. Das wichtigste Überhaupt. Immer. Ich will's. Ich will's. Ich will's. Na? Soll er nicht? Doch. Muss sein. Oh? Komm nicht drüber. Ah, da, 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 da. Komm schon, komm schon! Und dann die Buzze! Ich habe es! Raj von Mumbai möchte wissen, was die Buzze ist. Ich glaube, er macht einen Schalz. Gut. Aber was ist die Buzze? Wie ist die Buzze? Wir sind nicht ganz sicher, aber definitiv mit der Buzze zu sein. Das ist nur ein Warm-up. Die realen Buzze wird in die Deep kommen. Uh-huh. Jetzt, ob die solche Geräusche machen. Die klingen voll wie ein elektrisches Gerät oder so. Unbekannter Sensor. Für Peasanten und biologische Proben so umgehen. Ähm. Runter? Aha. Kann ich hier irgendwo? Aha. Na wo ist er denn? Da. Ne, das ist es nicht. Und einfach auf mein Zeichen dort oben. Kannst nicht sehen. Warte, ich schwimme mal ein bisschen weiter weg. Damit ich zeichnen irgendwo sehen. Wo ist es? Wollte doch Tag nur sein. André. 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 Well, there's no way these little ones are thousands of miles off course. Right, André? Give him a minute. Right. Let's scan a few of these to get their gender. There's a tiny tag here. André? Hmm. Chen from Shanghai wants to know why you care about their gender. Well, their sex is determined by the temperature of their nests. Warming beaches wiped out the turtles in this region. Will we have a little magic now, André? My major start, but let me check on my tag first. Oh, wow. Glad we didn't miss this. Beautiful. Yeah, they must have been hunting down past the rift. I think we found our spot for our first deep dive. Mirai, check out that one closest to you. What's that on its skin? Not sure I can catch them. They're headed to the surface. Might just be a scrape from a ship strike. Yeah, let's hope that's all it is. Let's end it here. Who can sit out this, man? I know it seems like André worries about everything. But I really understand where that comes from. Everyone's seen the pictures, but I can tell you it was really tough to be doing hands-on work when we were losing entire species. For me, it was the whales. But for André, it was the turtles. I stayed to help him. Several of the other scientists did as well. By then, only André's protected nests were the ones producing turtles in the region. We all figured that the population was going to collapse, and eventually it did. But seeing this large man spend day after day carrying tiny turtles from the nest to the water, it inspired us to stay. I mean, coming back now, it feels like another world. André is not an angry man, Irina. He's just a man who gets angry when he sees people say it's too hard. Or that they don't care at all. Yeah. Jill. Hi, Mirai. Sorry to miss the post-dive brief. I've been listening to our humpback recordings for hours and got myself in a kind of funk. Actually, I started listening to the humpbacks and then switched to Miles Davis. Anyway, I don't see any clear sign that our playback influenced any of the other whales yet, but I just know we're on the right track. I'm sorry to be in such a mood. I don't know what to make of those turtles or what's going on with our sperm whale family. Right. Catch you in a bit. Alles klar. Ein Lied haben wir wieder bekommen. Was haben wir hier? Jetzt steht hier was Neues. Die unsichtbare Perle. Neues Buch. Mit Trauer richtig umgehen. Mal hier jetzt. Probe. Technisches Handbuch des Handgelenkfunkgerichts. Okay, okay. Krötenrettung. Wie? Wo liegen die Nisteren der André Franks? Sensor in der Höhle. Schauen wir uns noch ein Video an. Walenköder. Okay. Oh, was ist das? Das war ja noch gar nichts hier drin, oder? Okay, wir schauen jetzt. Das Rote. Es ist ein großartiger Einer. Es gibt viele Dinge, die wir jetzt tun können, um diese Fragen zu stellen. Aber als die Technologie entwickelt werden, wir werden mehr und mehr und mehr und mehr sophisticated werden. Technologie ist auf jeden Fall auf alle Seiten. Wir nutzen alle diese Sidescan-Sonar und Hydrofonen zu machen Dinge aus. Wir können diese Sound-Underwater-Surveillance-Systeme um die Wahlen zu sehen, um sie zu sehen, um alle über die Ozean zu sehen. Es gibt eine neue Bildung des Environmental-DNAs, wo man einfach nur die Wahlen zu sehen, um die Wahlen zu sehen, um die Wahlen zu sehen, um die Wahlen zu sehen. Oh, die Wahlen-Schark war hier. Kann man es folgen? Und man sieht die Wahlen-Schark aus dem Wahlen-Schark zu sehen. Wie kann ich verstehen, wenn ich ein Wahlen-Schark denke, wie ein Old-Welt-Primat war? Wir sind völlig anders. Es hat mir einige Jahre zu sehen, die hardware zu sehen, die Licht zu sehen, und die Kamera zu bauen, so we could get all these hints into how that shark might be seeing the world. Because it's like a detective story. Okay. Und das ist die Margezange des Meeres. Akt 12. Day 12. Spend the last five days on an endless series of depth tests of Andra's deep diving suit. Guess he doesn't want me to implode on the livestream. I do hope it's giant squid proof though. The mapping drone located a brine pool near where Andra's family has been hunting. That is before it went AWOL. Ready to die. I mean dive. 3.733 Meter. Are you sure I can't talk you into another test dive at this step before we stream? Enough test dives. It's not like I'm doing a spacewalk. Well, with this suit you probably could. Are we gonna talk about suit crush depth again? I think we can probably roll. Starting live stream. Welcome back, ocean friends. Tonight I am deep. Midnight zone, no light from the surface deep. Tonight we're using Andra's lure drone to mimic the Atolla jellyfish to lure large predators like the giant squid. It's certainly not all my tech. I'm building on years of prior research. Don't forget our mission to the brine pools. Oh, yes. Arena will fill you in on that later. So, ob das geht. 3000 Meter. Is that right? This fish again? No. 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 Aber die tun mir eh nichts, also. Er könnte mal ein Turbo einbauen. Okay, Andra, wie find ich den Lira-Drone? Schau mal die rote Lichter in der Wasserkolumn. Aha, seh ich. Da ist der Lichtköder. Keine Mühe, zu nahe. Du kannst die Lira von dort aktivieren. Andra, hast du das vorher gemacht? Ja. Ich habe nicht, aber andere haben. Wie lange, bis wir die Lira zu erwarten? Wie lange, bis wir die Lira zu erwarten? Das ist schwer zu sagen. Es ist eine große Ozean. Aber wenn du sie mit dir wirst, ich würde finden ein paar Atollet-Jellyfish. Ich habe ein Feedback System set up, um die Lira zu machen. Die Lira zu gewinnen. in humanity, but plenty in himself. Got the jellyfish scans. Though, Andre doesn't need them. In truth, they should improve the lure. I would not waste your time. Getting a few impolite comments on the screen pointing out that giant squid don't feed on Atolla jellyfish. They're right. Actually, the Atolla puts on this light show when under attack in order to lure creatures big enough to eat their attacker. It might have some useful human applications. I think we need more Atolla scans to improve the lure. Okay. Whose idea was it to livestream this particular dive? I am glad I can't see the comments. I would agree. My grandmother had a saying for times like this. I'm not going to try my grandmother's accent on a livestream, but loosely translated, it means if you get bored waiting for a giant squid, you can always go to a brine pool. That's a pretty specific saying. I noticed that these Atollas were already making their blue alarm before you swam close. Most likely a sign that they have detected predators in the region that threaten them. That hits me. I don't know. I don't know. Don't know. It was a big explosion. That hits me. That hits me. I don't know. I don't know how much you enjoyed that, but do you mind if we check out the brine pool before we check on our whales, Sam? If you insist. You got what you want. This is my giant squid. Is that another one of your grandmother's sayings? No, but she often used this one. Hurry up and collect my specimens for me. What an expressive language. It's no giant squid, but I promise you, you won't have to wait to find it. So, jetzt habe ich alle. Zehn. Boom. Was ist das? Da war er! Ich habe ihn gesehen. Irgendwann, der könnte uns so locker kaputt machen. V. Rot. Weiß es nicht. Wir sind schon fast am Boden angekommen. Was ist das? Achso, das ist der da. Wir sind reminder, wir können Ihnen das fahren.